Großkreuz, ja, 60 Sekunden ist er da. Erste Duell mit Gework, das Sarian und Armenien wird zum ersten richtigen Torschuss kommen. Das Fragezeichen bei Großkreuz wird dann eher ein bisschen größer Richtung WM. Unglückliche Aktion. Das Bein darf er so nicht rausstellen im eigenen Strafraum. Das nimmt das Sarian natürlich auch dankbar an. Henrik Mkhitaryan gegen Roman Weidenfeller, Deutschland gegen Armenien oder Borussia Dortmund gegen Borussia Dortmund. Henrik Mkhitaryan, 1 zu 1. Durch den armenischen Rekordtorschützen, der Außenseiter, holt sich zumindest bis hierhin ein positives Resultat, knapp 70 Minuten gespielt. Ausgangspunkt, jetzt weniger die Situation, die sicherlich nicht sehr glücklich war.